Was ich an einem Tag zu esse als jemand, der richtig viel Sport macht. Der Tag startet mit einem Iced Coffee und dann einer Peanut Strawberry Protein Smoothie Bowl. Dann gab es eine Brezel mit Gemüse Steaks und noch einen Oat Bar vor meinem Lauf. Und am Abend gab es dann noch eine Butter Bowl. Die Kalorien sind übrigens in der Camp.